Für die Brotform bei den halbfesten Schnittkäsen von Almzeit-Alpenkäse benutze ich folgende Messer. Zum Einritzen der Folie ein gerüffeltes Messer, niemals das Cuttermesser verwenden. Und dann zum Abschneiden das Eingriffmesser. Bei der hohen Brotform von dem Almzeit-Alpenkäse benutze ich zum Einritzen der Folie wieder dieses Messer mit der Rüffelung und zum Schnitt das Doppelgriffmesser. Da habe ich einfach einen besseren Ansatz und viel mehr Kraft. Bei dem Schnittkäseberger der Bergbauern mildnussig ritze ich erst mit diesem Messer die Folie ein und dann schneide ich die Stücke mit dem Doppelgriffmesser ab. Bei dem rot geschmierten, halbfesten Schnittkäseberger der Almkäse benutze ich als erstes zum Teilen des Käses das Doppelgriffmesser. Jeden weiteren Schnitt kann ich dann mit dem Eingriffmesser vornehmen. Für unsere Weichkäse von Bonifaz benutze ich als erstes das lange Eingriffmesser mit der Rüffelung, damit der Käse-Teig nicht kleben bleibt. Die lange Klinge macht, dass ich in einem Stück durch den Käse komme und einen sauberen Schnitt ausführen kann. Für jeden weiteren Schnitt benutze ich das Weichkäsemesser mit der schmalen Klinge. Den ersten Schnitt bei Bavaria Blue, dem feinwürzigen, dem Weichkäse, führe ich wieder mit dem langen Eingriffmesser mit der Rüffelung durch, um einen sauberen Schnitt zu erhalten. Jeden weiteren Schnitt das schmale Weichkäsemesser mit dem blauen Griff für den blauen Käse. Bei dem halbfesten Schnittkäse Bavaria Blue der Würzige benutze ich erst zum Einritzen der Folie das gerüffelte Messer und anschließend die Harfe. Die Harfe macht viel sauberere Schnitte und die Käse werden viel exakter. Der halbfeste Schnittkäse Berger der Edelpilz bricht sehr leicht. Darum ist es ganz wichtig, dass er sehr sauber mit der Harfe geschnitten wird. Und dazu muss man erst mit einem gerüffelten Messer die Folie sauber einritzen, oben und an den Seiten. Und dann die Harfe sauber ansetzen und durchführen. Und dann kann man erst mit einem gerüffelten Messer sein, oben und an den Seiten.